Hallo Leute draußen, hier ist der einsame Wanderer. Wir sind verloren. Wirklich. Warum sage ich das? Das ist wirklich unfassbar, was ich euch hier mitbringe. Drei Attacken auf Polizisten. Angreifer ist trotzdem auf freiem Fuß. Und ich füge noch an, unter anderem mit einem Kattermesser. Das kannst du dir nicht ausdenken, würde Olli wieder sagen. Also, dreimal griff ein Mann, ich kann euch gleich sagen, er ist nicht von hier, in Karlsruhe Polizisten an. Er verletzte dabei mehrere Beamte, unter anderem durch Büsse und Schnitte mit einem Kattermesser. Vor den Angriffen fiel der 36-Jährige zuerst wegen einer anderen Sache auf, er ist trotzdem auf freiem Fuß. Das ist unglaublich, oder? Der bringt das nächste sein um. Und ich komme gerade nicht klar. Also es ist wirklich unfassbar. Nachdem er bereits vier Beamte verletzt hatte, soll ein 36-Jähriger, zwei weitere Male Bundespolizisten in Karlsruhe angegriffen und unter anderem mit einem Kattermesser verletzt haben. Zunächst fiel der Mann am vergangenen Freitag auf, weil er einen 8-Jährigen am Bahnhof an der Schulter anfasste. Daraufhin bekam er einen Platzverweis, wie die Bundespolizei mitteilte. Klingt jetzt schon kurios, wie anfassen unser Platzverweis. So richtig nur anfassen war es, glaube ich, nicht, oder? Naja. Wenig später wollte der Mann, der laut Polizeibericht die nigerianische Staatsangehörigkeit haben soll, wieder zurück. Er ist bestimmt psychisch krank und wir haben ihn nicht genug integriert. Das ist unsere Schuld. Dabei sollen er die Beamten aggressiv angegangen sein. Nachdem sie so einfach körperliche Gewalt angewendet hatten, wehrte sich der 36-Jährige und bis den Angaben zufolge ein Beamten in die Hand. Drei weitere Polizisten sollen Schürfwohnen erlitten haben. Vielleicht war der hungrig. Man weiß es nicht. Aber es geht noch lustig weiter. Fahren ohne Fahrschein, dann die Kontrolle. Noch in der Nacht fiel der Mann beim Schwarzfahren in einem Zug auf, wie es weiter hieß. Den alarmierten Bundespolizisten, die ihn daraufhin zum Gehen aufforderten, drohte er mit dem Tod. Als die Beamten ihn mit einfacher körperlicher Gewalt aus dem Zug brachten, wehrte er sich. Dabei soll der 36-Jährige Mermatt in einem Cuttermesser nach dem Beamten gestoßen haben. So, wir haben jemanden, der sagt, ich bringe euch um und dann ein Messer in der Hand hat. Und der läuft frei rum? Sag mal, habt ihr nichts aus der Vergangenheit gelernt die letzten Monate? Ein Polizist wurde am Kopf, Arm und an der Hand leicht verletzt, eine Beamte am Bein. Beide sollen einem Bildbericht zufolge kurzzeitig dienstunfähig gewesen sein. Erst nachdem er einsatz und verversprechend habe er seine Attacke gestoppt. Was für eine... unfassbar. Als der Angreifer am nächsten Morgen wieder auf freiem Fuß war, fuhr er erneut ohne Fahrgarten in einem Zug nach Mannheim mit. Ja, also der hat halt da ein sonniges Gemüt, beziehungsweise er ist unbelehrbar, beziehungsweise er weiß, er kann es ja machen mit den Leuten, weil sie lassen ihn ja mal wieder frei. So macht er es wieder. Das macht ja auch Sinn, ja. Also für den in seiner Welt ist das wahrscheinlich ganz normal. Bei einer Kontrolle habe der Mann einen Polizisten unvermittelt am Arm gepackt. Daraufhin brachten die Beamten den Mann zu Boden, fesselten und nahmen ihn vorläufig fest. Was heißt an der Schulde angefasst, am Arm angepackt? Du bringst doch nicht jemanden, was dich im Arm brüllt zu Boden. Das muss doch schon was Heftigeres gewesen sein. Wie soll ich mir das vorstellen? Ich tatsch, tatsch, tatsch mal ein bisschen, dann schmeißt er euch gleich auf mich und bringt mich zu Boden. Nee, Freunde. Das muss ja schon irgendwie ein bisschen anders gewesen sein, was da gelaufen ist. Er musste unter anderem wegen des Verdachts des täglichen Angriffs und Widerstands gegen Verstreckungsbeamte verantworten. Es ist aber laute Medienberichten aktuell weiterhin auf freiem Fuß. Nochmal. Der Typ hat gesagt, ich bringe euch immer ein Cuttermesser in der Hand genommen. Was macht denn er als nächstes? Niedert ihr irgendwen um? Mal ganz ehrlich. Der Typ ist doch ein tickender Zeitpunkt. Wie kann denn das sein? Das muss doch auch irgendwie mal den Leuten im System, also auch wenn das alles Glücklinge sind, das muss dir nochmal klar werden, das kann doch nicht funktionieren so. Da muss doch, ist da völlige Letergie bei der Polizei in den Gerichten? Sind die Gefängnisse so voll, dass wir keinen mehr aufnehmen oder was? Nur noch Corona-Leugner oder wie? Da muss doch mal irgendwo im System auch mal ein bisschen Widerstand kommen. Da muss doch mal jemand sagen, irgendwie kann das doch nicht richtig sein. Das ist völlig irres, das. Wir müssen uns doch nicht wundern, wenn die Leute ständig auf der Straße abgestochen werden und umgenietet werden, wenn solche Leute frei rumlaufen dürfen. Und die Frage ist halt auch, warum ist er überhaupt hier? Warum ist der hier der Typ? Das ist unglaublich. Ja, hier sind noch ein paar Kommentare. Ich glaube, es bringt uns auch nicht weiter. Also, ja, deutscher Untergang. Also, wir müssen uns nicht wundern, wenn wir so weich sind, so devot, dass wir uns nicht ernst nehmen, einfach mit ihrer Gewalt immer weitermachen. Ja, und irgendwann übernehmen sie per Wahlen. Gut, teilt bitte das Video, es war ein einziger Lohn, denn monetarisiert werde ich irgendwie nicht mehr. Das ist ganz komisch. Ich danke euch, lasst ein Abo da und auf bald.